Sollte ja gehen. Nee, halt die Fresse mit deinem Easy. Das hast du das letzte Mal auch gesagt, dann haben wir verloren. Ja, kann ich ja nicht wissen, dass die alle irgendwie externen Programme am Laufen haben. Jetzt, 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 jetzt. Vorsichtig mit solchen Unterstellungen. Das hat das letzte Mal im Januar eine ganze Menge Ärger gegeben. Januar? Ja, Schimpanse gegen SPS und Battle Bros. Da hat wohl angeblich der Gaming HD, der bei Schimpanse mitgespielt hat, gecheatet. Also, hat er wohl was an. Und das, also, es sah nicht gut aus für ihn in den diversen Videos, die es da aufgenommen wurden. Aber er hatte nichts, oder? Also, ich sagte euch nur, guckt euch das an in, ähm, in YouTube und entscheidet selber. Also, ich sag nicht, dass er einen hatte, aber es sieht wirklich von schlecht für ihn aus. Also, es sind sehr, sehr viele merkwürdige Sachen, muss ich schon mal sagen. Und wo war das? CSGO oder Where are you guys? Nee, Where are you guys? Achso. Letztes Jahr Januar? Nee, dieses Jahr Januar. Achso. Weil du, weil du letzten, letzten Januar gesagt hast. Der letzten Januar. Nennt man das nicht in diesem Jahr, dann... Letzten Januar? Was war ich denn der letzte Januar? Der letzte Januar ist meiner Meinung nach der 2015. Nee, wir hatten dieses Jahr auch schon einen Kollegen. Ja, aber dann ist es doch dieser Januar, oder nicht? Warum? Ja, aber ist auch egal. Jetzt. Die Diskussion bringt jetzt genau was? Gar nichts eigentlich. Korrekt. Oh, ich drücke auf die verfickte Maustaste und nichts passiert. Super. Kann mich jemand, äh, wiederbeleben? Sehr schön. Oh. Nice. War keine Absicht. Das sieht doch so, Markam und so schlecht aus. Ich hab den durchs Fenster gesehen, hab gedacht, ich geh mal raus und sag mal. Ja, ich hab's gerade gesehen, dass du's gesehen hast, dass du ihn gesehen hast, dass er dich nicht gesehen hat. Ja, also, du weißt, ich weiß, was du sagst, ist alles in Ordnung. Mhm. Du denkst also, was ich denke, was ich denke, was du gedacht hast. Genau, richtig, Jack. Okay. Denkst du, dass sie die Gedanken, die wir gedacht haben, genommen haben und jetzt denken, dass sie denken, dass es die Gedanken, die wir gedacht haben, jetzt denken? Denkst du das? Gesundheit. Spongebob, denkst du das? Das war eher so Patrick. Das war nicht Spongebob. Das war Patrick. Korrekt. Spongebob, denkst du das, ja. Meine ich ja damit. Ja, stimmt, hast recht, ja. Du musst den Verkaufeln rechnen. Träuch doch einfach nochmal. Versuche es doch einfach nochmal. Nein. Ein paar Sekunden auf der zweiten Flüge. Schiart, ich hab da doch gerade entlanglaufen gesehen. Ja, im Keller sind sie. Oh. Hallo. Ja, hallo. Und ein Frachtraum. Hallo. 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 Aua. Sie sind alle falsch. Wo fahrt ihr eigentlich? Gut, die können die Map in. Ja, aber die können ganz gut treffen, dafür, dass sie die Map nicht haben. Hella, Leute. Hella. Habe ich den einen Typ mit der Pistole doch getötet? Anscheinend. Er steht halt einfach. Ja. Oh, das gibt es nicht. Oh, der Operator stand. Alles klar. Hm. Das war aber durchaus legit. Ja, ist halt Pumpgun, ne? Sorry. Ich bin erledigt. Ihr fühlt sich jetzt bestimmt. Äh, drei Leute getötetet. Ja, vermissen wir es nicht. Vor allem das geilste ist, bei der Pumpgun steht ja Longer Barrel for Longer Range. Was für ein Longer Barrel, ihr Idioten. Das Ding ist zwei Zentimeter lang. Wahrscheinlich, Denny, ihre Definition vom Land, if you know, oder me nicht. Aus welchem Land stammt die Waffe? Wenn, wenn es hier China oder Japan ist, dann ist es verständlich. Ist aber eine amerikanische Pumpgun mit wahrscheinlich deutschen Modifikationen. Also, ja, ich bin das Invalid. Oh, guck, Kevin ist wieder da. Hi, Kevin. Kevin, die Seegurke. Rühren. Mepp. Mepp, 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 mepp. Ich bin halt OP. Hi, Kevin. Ey, du kannst doch wieder zumachen. Okay, ich hab's eilig. Bist du in der U-Bahn geboren? Ist am Hang. Ich hab's reafforst die Wall. Alter. Oh, gut. Der reafforst das also mit einer Dingentür. Ich dachte schon, dass er den Abreißen weggeht. Soll ich der Geisel Headshot geben? Soll ich den Headshot geben? Ja. Nee. Würde mir die Zohn nicht wert. Ja, du könntest mich eh reviven. Ja, nicht, wenn ich den Headshot gebe. Doch. Oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich will's nicht aus. Wir probieren's lieber nicht aus. Ich hab die Tür. Ja, ich hab die Tür. Best Position. Kann einer zu mir hochkommen? Hinten rum? Ich wo geht's? Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, da ist er. Ich hab die Tür. Ah, okay, hat sich erledigt. Hast du ihn? Ich hab die Revive. Ja, ist okay, ich bin tot. Ich geh durch die Kamera. Kollege, die Nitro-Sales bündest du nicht. Die sind über euch. Passt auf, die wollen die Deckenluke aufmachen. Die sind oben im Präsidentenzimmer. Das ist sehr, sehr. Blow that Nitro-Sales. Blow it. I got the wall. Die Nitro-Sales. Wem gehört denn hier eigentlich? Ist das deine, Stefan? Hm, ich hab keine Nitro-Sales. Ich würde doch mal weggehen von der Nitro-Sales, sonst bist du gleich tot. Ich bin, ähä. Hier kann die mich ja nicht mal mehr helfen. Ach, das ist da. Nee, sorry. Knall sie ab, bevor sie einen erzündet. Das geht nur, äh, geht nur schief. In der Hose. So viel zum Thema, die wollen durch die Pirate-Präsidentien-Scheiße. War ein Rhyme-Pro, äh, Rho-Seine. War toll. Ich hab Reflexe wie ein Goldfisch. Wem gehört? Weg. Ja, das war aber, äh... Das war knapp. Eben war auch geil. Ich bin hinten an den, an den Frachtraum, hinteren Frachtraumangang gegangen. Einer schossen, der nächste läuft in meine Falle. Gleich mal zwei Kills gehabt. War sehr nice. Ich hab Reflexe wie ein Goldfisch. Na ja, solange ich nicht das Erinnerungsvermögen von einem Goldfisch hast, läuft. Den Orientierungs-Sinn von einem Goldfisch. Ja, super. Super, als besser. Schwimmt die ganze Zeit gegen dich rein, mit dem Sack im Aquarium. Bonk, bonk, bonk. Bonk, 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 bonk. We need to recover the hostage. Nein, ist so ein Orientierungs-Sinn von einer Biene, Alter. Geh da in meinen Raum, komm nie wieder raus. Obwohl es fändisch nicht mehr... Also im Keller sind sie nicht. Orientierungs-Sinn von einem Maulwurf. Die können sich gut orientieren. Orientierungs-Sinn von einer Schlange? Ja, wahrscheinlich auch. Die sind hier irgendwo. Backgeschick. Backgeschick. Ja, Präsidenten-Room. Gedöns hier. Nee, Executive Bedroom. Ich fahr um die Hostage rum. Mal gucken, ob sie hier schießen. You too. Ist der Conny jetzt eigentlich wieder da? Ja. Und spartet mal. Ja, aber er redet nicht. Zumindest gerade nicht. Bin aber hier. Ja, das sollte es so als Glas hier rauskommen, ne? Da oben so. Durch die Fenster. Wow. Da war ein bisschen für Verwirrung gestift. Feind draußen entdeckt. Was wo? Nicht gesehen. Ich stand eben grad. Gotcha. Ah, Jonas, hast du schon erwischt, oder was? Thanks, mate. Ah, was ist denn? Ah, was ist denn? Wartet. Zum Glück gibt's hier keine Sentry-Bastarde. Na, ist was zerstört? Entry Denial Device. Du warst nur Welcome Matt eigentlich. Wo kommt der denn? Dieser Zahmest geht mir auf den Sack. Ey, das ist nicht normal. Für einen Level 1er, garantiert ja. Was? Wie konnte der mich da noch treffen? Und ihr fängt. Stefan Castle steht direkt rechts rum. Ich weiß, ich hab den Pumpgun. Ist keine gute Idee da jetzt ranzukommen. Why not? Das ist ne super Idee, ich mach mal. Lass den Rinschack. Ich hab den Operator noch. Weißt du, die Hypo-Auto-Pumpen total OP. Aber die Pump-Actions sind nichts. Was? Wie ich so voll in der Fuze. Breach. Da ist ein Gegner. Komm mal rein, Fusen. Ja, dieser Zahmest, Alter. Sorry, aber der ist... Ja, aber der war jetzt grad extrem unnötig. Also unfähig. Da hätt er früher drauf schießen können. Ja. Arme take my shield. Arme take my vengeance. Und ich geh vor euch als erster rein, ne? Komm, ich mach's jetzt. Ich nehm Blitz, Alter. Shield buddies. Junge. Schildkröte. Ja, Schildkröte. Formation Schildkröte. Legion. Wirst du sperren? Okay, Formation Schildkröte. Aus zoologischer Sicht. Legst dich erstmal auf dein Schild. Bist du unfähig. Die sind wieder hier oben irgendwo. Ja. Meeting Room. Ja. Vorne im Ersten. Warum hängt der oben am Cockpit rum? Ja. Keine Ahnung, was da gibt. Ja, keine Ahnung, was da gibt. Davon fällt vorübergehend aus. 10 Sekunden zu gehen. 10 Sekunden zu gehen. 5 Sekunden zu gehen. Nein, kriegt er nicht. Stefan? Was? Er hat sich aber auch gemutet erstmal. Was? Es geht. Es ging nur darum hier, wegen du so gemutet und so. Wir haben so gehört, haben deine Mutter. Warte, warte. Alex dachte, dass du Ärger kriegst, weil du ins Bett sollst. Junge. 21 doch nicht mehr. Ah ja, okay. Du bist noch 21, oder Stefan? Nein, 20. Warte mal. Wow. Oh, ich bin ein großer Junge. Als 80 hoch, als 90 hoch, als 90 breit. Ja. Ich renne durch mein Dings. Schwasti. Wohin ist der Typ abgehauen? Ich glaube noch da unten. Geh einfach mal vor und guck, was da so geht. Denk dran links, links. Ich guck rechts. Direkt hinter der Tür hier sind welche. Bei mir. Okay. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Geh mal zur Seite, hier zur Seite, geh zu weg Zur Seite Soll ich eine Flash reinwerfen? Da ist einer Ah, hat mich gekriegt, verdammte Scheiße Ich hätte einfach länger warten sollen Hast du toll Schön gemacht Oh nein, jetzt, nein Wer hat ihn jetzt die Geisel umgebracht? Ja gut, aber das hat er nicht wissen können Das hat er wahrscheinlich gar nicht gesehen Super Lief gerade so gut, Alter Die hätten wir noch gehabt, die Runde